Wir gehen deshalb jetzt gleich live nach Magdeburg, aber noch geht es dort nicht los. Deswegen nutze ich die Zeit, um mit meinem Studiogast zu sprechen und ihn erst einmal zu begrüßen. Professor Frank Decker, Politikwissenschaftler von der Universität Bonn. Ich grüße Sie. Guten Morgen. Professor Decker, für die CDU gab es nach der Wahl ja rechnerisch verschiedene Optionen für eine Regierungsbildung. CDU und SPD hätten zusammen ja schon die nötigen 49 Sitze inne gehabt. Warum holen Sie sich denn jetzt die FDP noch dazu? Das ist Rainer Haselhoff zu unsicher gewesen, denn wir erinnern uns, es gab ja innerparteilich große Querelen. Da ging es vor allem um den Umgang mit der AfD. Also es gibt einige in der Sachsen-Anhalt-CDU, die auch mit einer Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten geliebäugelt haben, vielleicht weiter liebäugeln. Und man muss immer wissen, die Wahl der Regierungschefs in allen deutschen Parlamenten, in den Landtaten und im Bundestag findet geheim statt. Also insoweit ist das nicht ganz berechenbar. Eine Stimme nur mehr wäre das gewesen. Und deshalb hat Haselhoff, und das passt ja auch politisch, weil die Liberalen ja eigentlich eher zur CDU tendieren, deshalb hat man die Liberalen mit ins Boot genommen. Interessant war, dass die SPD mitgemacht hat. Das war ja dann auch nicht ganz unumstritten innerparteilich, vor allem wegen des schlechten Wahlergebnisses, ob man überhaupt dann in eine Koalition wieder reingeht. Und es ist dann aber doch relativ klar bestätigt worden, auch im Mitgliederentscheid, über 60 Prozent der SPD-Mitglieder in Sachsen-Anhalt haben jetzt für diese Koalition votiert. Über SPD und FDP sprechen wir gleich noch, aber habe ich Sie dann richtig verstanden? Rainer Haselhoff misstraut vor allem den eigenen Leuten hier bei dieser Abstimmung. Das werden wir nachher sehen. Da werden wir das Abstimmungsergebnis bekommen. Wenn es weniger Stimmen gibt, 56 hat die Koalition, als die Koalition hat, dann geht natürlich das Rätselraten los. Wer ist es gewesen? Das kann man nicht rekonstruieren, aber natürlich misstraut er auch den eigenen Leuten. Aber er hat natürlich vielleicht auch Grund, den Koalitionspartnern, vor allem der SPD, zu misstrauen, weil die sich eben schwer tun mit dem erneuten Eintritt in eine solche Regierung wegen des sehr schlechten Wahlergebnisses. Aber man muss ja auch dazu sagen, er ist ein wenig vorgeschädigt von den letzten Wahlgängen. Was war da los? Ja, das ist üblich in den deutschen Parlamenten. Also er hatte auch weniger Stimmen bekommen, als die Koalition hatte. Und insoweit liegt in einer solchen Wahl immer auch ein gewisses Spannungselement, dass es allerdings so weit kommt, dass er durchfällt im ersten Wahlkampf. Auch das haben wir öfter erlebt. Dann versuchen dann Abgeordnete, die vielleicht mit dem Koalitionsvertrag nicht zufrieden sind, dem Regierungschef einen Denkzettel auszustellen, in dem sie nicht mit Ja stimmen, sich vielleicht der Stimme enthalten. Dann finden aber weitere Wahlgänge statt, wo man ja dann das Stimmverhalten korrigieren kann. Und es ist in den Landesparlamenten eben schon öfter vorgekommen, dass die Ministerpräsidenten dann im ersten Wahlgang nicht die notwendige Mehrheit erhalten, ihre eigenen Koalitionen. Das, glaube ich, wird aber heute nicht passieren. Denn sieben Abgeordnete über den Durst, das ist eine bequeme Mehrheit. So viele Abweichler wird es nicht geben. Und es kann ja umgekehrt auch so sein, wir wissen auch nicht, wie die AfD sich verhält, dass die auch unter dem Deckmantel der geheimen Stimmabgabe für eine Koalition stimmen, die sie in Wahrheit ablehnen. Wir haben ja in Thüringen gesehen, wie die AfD genau diese geheime Stimmabgabe nutzt, um zu tricksen. Deshalb haben sie dieses Misstrauensvotum beantragt gegen Bodo Ramelow. Denn man kann am Ende nicht kontrollieren, wie sie sich selber bei dieser Stimmabgabe verhalten. Professor Decker, ich bedanke mich ganz herzlich bis hierhin. Wir werden nachher noch weitersprechen, meine Damen und Herren.